So, willkommen zurück zu Might & Magic 10 Legacy. Holen wir ihn uns in der nächsten Runde. Wir holen ihn uns jetzt. Oh, wird das schön. Du hast überhaupt keine Chance. Guck dir meine Armee an, guck dir meine 32 Nantarus an. Ich hab sie übrigens noch gekauft, bevor ich jetzt aus der Festung rausgeritten bin und bevor ich die nächste Folge gestartet hab. Kettenblitz, gleich mal auf die da. Ja, also, geht doch. Pause. Ja, was wir können, kann er anscheinend auch. Ich wollte schon sagen, was er kann, können wir auch, aber so ist es ja auch. Einmal bitte heilen. Zwei von zwei, sechs von sechs. Nö, meine schönen Todesliche. Die werden richtig viel abkönnen. Dafür werden wir sorgen. Obwohl, ihr könnt da alle töten. Sowohl als auch. Sehr gut. Jetzt kümmert ihr euch um die Sokobi. Ihr fliegt schon mal nach vorne. 120. Wie haben wir denn die alle gekriegt? Sehr gut. Ja, machen wir die fünf da weg. Denn die anderen sind eh nicht mehr dran. Das war's. Ich hätte nur welche Rätsel können. Ach, nicht mehr dran gedacht. Das sind denn immer so Fehler, Kapitalfehler, die sehr schnell passieren. Angreifen. Und im Anschluss gehen wir nach unten, die nächste Festung holen. Wahrscheinlich sogar die vierte. Viele sind nicht mehr übrig. Gut. Namtaro, du verwandelst dich. Kettenblitz machen wir aber erst. Sehr gut. Es ist immer irgendwie der gleiche Ablauf im Kampf. Aber mir soll's recht sein. Ich hab keine Lust großartig durch die Gegend zu switchen, um mir Gedanken zu machen, wie es anders geht. Ah, ich hab gleich angreifen können. Egal. Wahaha. So, Geister retten. Und tot. Tot und verderben. Sehr gut. Damit gehört das wieder uns. Wir gehen runter in den Untergrund. Da kommt der nächste. Das machen wir gleich. Vorerst holen wir uns hier alles. Ach, hier. Jo, Angriff. Ich hab überhaupt keine Angst. Kein bisschen mehr. Denn wir sind gut gewappnet. Gegen alles, was da kommt. Wir werden so schnell keine Probleme bekommen. Kettenblitz. Pause. Verwandlung. Pause. Sehr gut. Dann. Bitte auf die Foltermeister. Dann geht ihr mir auf die Sokobi. Ja, die merken einfach auch, dass sie keine Chance haben. Das ist gut so. Das sollen sie spüren. Mwahaha. Wisst ihr, wie ich meine Namtarus liebe? Es ist der Wahnsinn. Ne, komm. Wir machen einen ganz normalen Angriff. Dann kriegen wir die auch down. Genau. Du machst eine Pause. Namtaru kümmert sich um die 15 Molochs. Und die restlichen kriegen wir auch so down. Müssen wir irgendjemanden retten? Nur die Geister? Na denn. Ja. Pause. Du könntest, ja, alle töten. Warum nicht? Sehr schön. Keinen verloren. Weiter geht's. Nächste Runde. Die Erzengel Sarah und Uriel schreiten dem imposanten Ishtwan entgegen, dem Hochkönig des Greifenclans. Ishtwan trägt eine Bronzerüstung mit Pelzen und stützt sich auf das Heft eines immensen, beidhändigen Breitschwerts. Eine Aura der Gefahr umgibt die Szene. Herzog Ishtwan, ich bringe euch ein Geschenk der Engel im Namen Elrads. Ich bin jetzt Herzog, deswegen? Schönes Schwert. Danke. Aber bildet euch nicht ein, dass ich für ein Stück Stahl vor eurem Elrads kniee. Menschen sollen Elad folgen. Und solange ich lebe, fahren wir fort. Ihr unflätiger Barbar. Ich schicke euch gleich zum Drachen der Luft. Ihr beleidigt Elrads. Uriel, halt! Entschuldige dich! Was? Bei diesem Menschen? Endlich! Ein Engel mit Mumm im Leib. Wir könnten das schöne Schwert mit etwas Engelsblut taufen. Ich hänge mir eure Flügel über den Herd. Das wird nicht nötig sein, Herzog Ishtwan. Wir haben geschworen, euch zu schützen. Wir können nicht gegen die Herzöge des Falkenimperiums kämpfen. Das ist schade, Erzengel Sarah. Nachdem die Dämonen in Sheog sind und die Engel unsere Verbündeten, wird es schwierig, noch einen guten Kampf zu finden. Die Dämonen kommen wieder und die Gesichtslosen verstecken sich nicht ewig. Das ist wohl wahr. Ishtwan Greif? Sie planen das seit Jahrhunderten. Warum? Das müssen wir herausfinden, Pöppi. Das müssen wir herausfinden. Gut, das ist auch geschafft. Ich will jetzt aber erstmal zurück in die Festung, weil ich nämlich eine Vorahnung habe. Wir werden von dieser Festung aus dann nach Norden gehen. An denen hier vorbei. Denn ich weiß ja nicht, wo er noch hin will. An den Amtarus wird er nicht vorbeikommen, aber da bestimmt. Ja, habe ich mir gedacht. Noch zwei Runden, dann könnten wir da sein. Schaffen wir das? Er hat ziemlich viel dabei. Und es ist wieder dieser Olle Malik. Wie viele fehlen uns denn noch? Zwei Stück. Erobert Ur-Agaris und Ur-Orobas. Aktives Ziel. Sammelt tausend Skelette oder Skelettsperrwerfer. 367 haben wir erst. Und Aschers Träne. Wir haben bisher noch keines der vier Fragmente gesammelt. Das können wir auch erst machen, wenn wir ihn irgendwie in Schach halten können. Hier ist das letzte Portal. Und da müssen wir als nächstes hin. Und es sieht so aus, als kämen wir nicht rechtzeitig. Noch zwei Runden. Das ist nicht möglich. Das heißt Kaspar. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Wir speichern mal kurz. Ich will zwar in die Stadt rein, aber nur um zu porten. Du kannst keine neuen Leute holen. Dann porte mal bitte hierher. Genau. Und dann kann sie dir die Leute bringen und du musst kämpfen. Anders geht es nicht. Sonst versagen wir. Äh, ja, doch. Natürlich. Das ist übrigens die Idee. Denn unser guter Kaspar... Der kann ja gleich einkaufen. Speichern. So, den holen wir uns. Oh, ich habe eine neue Nachricht. Wusste gar nicht, dass das auch geht. Einmal bitte aufstufen. Alle kaufen. Wunderbar. Und du portest dich... hier hin. Eintraum. Speichern. LP02. Und auf geht's. Du hast keine Chance. Weder gegen Anastasia noch gegen Kaspar. Auch wenn er weitaus weniger Verteidigung hat. Das ist egal. Kollektive Regeneration. So, jetzt müssen wir aber nach vorne. Wir haben nicht so viele Schadenzauber. Umwandeln. Sehr gut. Eigentlich sogar ausgezeichnet. Also mir gefällt's. Es könnte besser sein, ja. Ach, ich habe den Dings vergessen. Ihn hier. Wunderbar. Du gehst auf die da? Du haust die da um. Ja, du kannst heilen. 33 erwecken. 0. Erweckt 7. Erweckt 0. 11. 8. Nee, dann mach das mal auf die da. Greif mal bitte die da an. Sehr gut. Dann gehst du auf die. Unsere Liche gehen auf die da. Und dann sind ja nur noch die. Perfekte Mundo. Perfekte Mundo. Okay. Anastasia, du kannst hier in das... In die Stadt reingehen und dich im nächsten Part porten. Ja, denn da ist er schon. Das habe ich mir gedacht. Einmal bitte runterporten in die Stadt. Sehr gut. Dann holst du dir die Leute von Kaspar. Ich zitter so ein bisschen. Wie unangenehm. Kaspar, du gehst in die Stadt. Okay. Und Anastasia? Du läufst hoch. Hol ihn dir. Oder sie? Tünan. Ihn. Gut. Das wird was. Das wird richtig geil. Das wird richtig rumsen im Karton. Kertenblitz. Diesmal bitte auf die anderen hier unten. Die gehen mir total auf den Senkel. Einmal bitte verwandeln. Ist alles nicht so schlimm. Du kannst schon mal Pause machen nicht. Du solltest teilen. Dreck. Ja, gehen wir auf die Foltermeister. Sehr gut. Ausgezeichnet. Das sieht so toll aus. Wunderbar. Wir können retten. Sieben. Eins. Neun. Neun ist schon prächtig. Die sind erst ganz viel später dran. Dann schützen wir uns. Und retzen nochmal, oder? Mit den Geistern. Ja. 2 von 2. 7 von 7. 21. So. Bitteschön. Und jetzt können wir. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh Gott. Und fast wieder ein Level up. Ich bin mehr. Ich bin mehr.